Wir sind heute im Wintergarten. Zur Abwechslung seht ihr mal wieder ein Snapchat von uns. Das Ganze sieht hier sogar recht schick aus. Ich zeige euch das mal. Alles in Ordnung. Also was wir uns gleich angucken, ist der helle Wahnsinn. Ich hoffe, das ist auch wirklich der helle Wahnsinn. Also man wählt vorher aus, ob man essen haben möchte oder nicht. Unsers wird jetzt hier gerade schon reserviert. So, und weiter geht's. Was haben wir denn jetzt hier? Was ist das einer? Knödelfleisch und Pappel. Guten Tag. Machen einfach ein bisschen ja wohl, warum sie hier sind. Unzucht. Ja wohl. Unzucht. Mit einem Mann. Paragraf. Unzucht. Vor-Tehnen. Ansonлов. Junge. Virens. Junge. Verbreter. Das Jahr. Ten sitzt. Verbreter. Vor-Tehnen. anh� W tenants. Matt Nord. Diooa. Moens. Jetzt haben wir ein bisschen Pause und kriegen ein Dessert. Das sieht man gar nicht, voll scheiße. Also es ist Karamelleis, eine Praline, einen Schokokuchen und Himbeeren und einen Himbeerspiegel. Das ist Karamelleis, eine Praline, eine Praline, eine Praline, eine Praline. 는 reduzieren sie Dir Shadow? Das ist Karamelleis, ihr habt hatchet. cheerierer Also die Show ist ja zu Ende. Es war schon echt ziemlich cool, weil es wahnsinnig viel Akrobatik und so Tanzkunst, Tanzakrobatik und ganz viel Show und ganz viel. Am Ende tatsächlich auch dann eine richtige Message, die dann so ein bisschen Mehrwert wird, sprich Mehrwert nicht nur Klamauk, sondern halt auch so ein bisschen Nähne-Message einfach. Also sehr zu empfehlen, Wintergarten-Varieté, der helle Wahnsinn heißt das. Untertitelung des ZDF, 2020